So, Hallöchen Puppechen Freunde, ich bin's wieder, euer Dennis am Start hier. Jawohl, letztes Mal hat leider sofort was hier im Multiplayer nicht geklappt, aber heute hoffentlich klappt es jetzt auch endlich mal, jetzt endlich mal wieder bei einem Let's Play für Werber. Jawohl, ich bin aber nicht alleine, ich habe hier ein Arschgesicht wieder, der vorne, der gerade was Langes in der Hand fällt, hinten noch ein paar Spielzeuge im Rucksack hat und sogar noch einen Piss. Au, ach, ach. Jetzt habe ich ihn getötetet. Ja, und wer hat mich getötet? Guten Abend, wer ist denn da? Hallo? Hallo, 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 hallo auf Klo. Ja, und das Spiel ist... Jo. Das war eben gerade wie das... Hm? Ja, der nächste, klar. Hauptsache, die Ärsche werden aufgerissen. Nee, Freunde, ihr kennt ihn ja schon, das ist der Flo hier am Start hier wieder mal. Und jo, heute wird wieder Arschtritte verteilt. We don't have much time, men. We need to take the objectives now. Ich habe ein Hotel gebucht. Mit dem Spaten. Mit dem Spaten. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe ein scheiß Charakter gerade gegeben. So schnell, da schiebt er so schnell. Jetzt können wir nichts machen hier. Go, go! Go, go! Ganz so! Du püftest dich hier mit, denn wegforscht die Sau, ey! Oh! Scheiße! Wo ist es dir? Wetten? Ah, das ist ein bisschen besser, ja, als wenn wir scheiße hier... Wie sind denn hier nicht bei Wolfenstein? Oh! 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 Wie war das, ja, Freunde? Rettet die Wolle! Ne, also... Mach ich das! Ich mach das! Ich versuche den... Aaaaaaah! Da rollt er hier runter! Okay! Ich glaub das war ja ein Antrag auf Arschroll! Oh! 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 Ahahahaha! Hab dich drauf! maybe als 10.000 Nägelsteine. Ehehehe hheh дерев..! нет klar!! nur wenn man artig ist. Was holst du mit dir nach dem kürzt? Yamrk! Bam...! Was denn? So, ich stehe hier gerade mit einer Luger. Ich warte auf dich. Ich warte. Ich komme von einer privaten Telefon-Hotline her. Keine Angst, das ist keine 0-100-Nummer. Keine Angst. Das ist die 666-Nummer. Das ist der Teufel. Guten Tag. Spaten. Okay, Spaten. Spaten. Oh, komm her. Ah, Streiter. Ah, ey. Was denn was? Haust du oder so? Ja, was denn? Das ist ein Toe oder was? Wie sieht es aus, wenn du einen Tampo rein schieben willst? Toe bitte hier schon oder so. Keine Ahnung. Okay. So. Mistare. Mit dem Spaten. Na, komm. Ey. Ey. Du Schwein, ich kann mit dem Spaten handeln. Mädchen, vorsichtig. Ey. Dann ja, ich kann mit dem Spaten. Ich kann mit dem Spaten. Hör. Ich kann mit dem Spaten. Geheidee. lecker, lecker. Mach ich das nicht mehr. Ich hab das nicht mehr. Die Erdverkrustung. Cool. Alter, wasch dir mal deinen Arsch, ey. Was? Ich hör nichts. Wasch dir mal deinen Arsch, ey. Hier ist grad ein Döner hier. Immer diese Erdverkrustung hier. Ja, ist doch gut. Ach, siehst du? Hahaha. Du scheiß Camper, alter. Du Rotzlöffel, alter. Wir bringen den. Da steht er hier die ganze Zeit rum, alter. Nimm uns den Camper, alter. Dieser Rotzlöffel, alter, alter. Dippen. Run, boy, run. Hätt' mich doch am Arsch. Run, boy, run. Oh. Oh. Bam, 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 bam. Sack, Spelze. So. Oh! Nee. Wieso? Hast du keine harten Sachen? Sieht man ja! Jo. Oh! Na, dann mach mal. Nee! So. Ich will jetzt graben. Ein faustgroßes Arschloch. Nee, Ben. Nee, Ben. Ja, komm. Hier bin ich. Hallo. Huhu, hier. Na, komm. Hier. Ich bin hier. Hallo. Nicht weglaufen. Hier. Na, komm. Hallo, ich hab' nen Sparkenan. Na, komm. Wir kommen doch. Komm, Solarwarsch, Opa. Komm. Hm. Das Riesenrohr bringt ja auch nix. Immer diese Atranie. Mann. Den hat man. Mann. Oh Mann. Ah. Die Hosen waren voll, wahrscheinlich. Ich hab' ein Begegnügen. Hehehe. 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 Oh, das ist ja nicht. Hehehe. Hehehe. doch keine leckere Klinik auch selbstmord da hat der liebe Gott mir ein die Menstruation verpasst auch 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 So, Frau Schneider-Sonne, komm mal her, du. Das bringt nichts. Das ist doch... Ich fäng gerade vor. Wie eben auf der Brücke. Cool. Geil, du kommst an mir. Boah. Oh. Der flog, ja. Wieso? Hehehe. Da bin ich nicht. Schau, dass man kein Teamfehler machen kann. Die Bazooka war eben gerade um die Füßen, da ist geschwebt. Der ist nicht. Ich habe keine Füße. 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 Nein. Keiner Spaß. Moin erstmal. Jetzt hat er online Humor. Alles gut. Alles klar. Ich weiß. Von was er alles rumheult hier. Ich habe keine Füße. Ich habe keine Füße. Das ist das. Ich habe keine Füße. Das ist eine Füßein. Das ist ein Nazi. Scheiße, Nazi! Schrappend! Jaaah! Jaaah! Doch! Jaaah! Ik heb ook! Nou, toch? Jaaah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020